Hallo liebe Arcada-Club-Freunde, das Jahr geht zu Ende und ich möchte mich nochmal mit ein paar Worten an euch wenden. Ihr habt es über Weihnachten mitbekommen, der YouTube-Kanal hat Video-Updates ohne Ende bekommen. Es tut mir leid, dass alle Abonnenten darüber immer einen Hinweis bekommen haben. Das lässt sich leider von meiner Seite gar nicht abschalten, aber es war mir wichtig, diese Einsteigerkurse hier bei YouTube zu veröffentlichen, denn sehr viele von euch werden jetzt sicherlich zu Weihnachten Macs bekommen haben und stehen da und wissen nicht mehr weiter, weil es doch ein bisschen anders ist als unter Windows und deswegen habe ich gesagt, Mensch, wir haben so tolle Einsteigerkurse auf der Homepage gehabt, die alle im E-Book-Format vorlagen, jetzt hauen wir die mal hier raus in den Club und stellen die allen zur Verfügung, denn wir kommen ja wieder in so eine Corona-Zeit, wer weiß, was im Januar 2022 dann ist mit Lockdown und Omikron-Welle und was nicht alles, wo wir so viel Zeit haben, dass wir uns wieder ein bisschen fortbilden können, dass ich dachte, jetzt ist ein guter Punkt, das alles zur Verfügung zu stellen. Ich wusste auch nicht, dass es so viele Videos sind, aber es sind leider sehr viele. Ein paar haben schon kritisiert, dass die sehr kurz sind, manche sind nur eine Minute lang. Das liegt daran, dass die wirklich aus so einem E-Book kamen und tatsächlich da thematisch so ein bisschen aufgebaut waren, sodass man ja immer wieder ein Video sich anschauen konnte. Bei YouTube ist das natürlich dann ein bisschen zu kurz, aber was soll's, ich wollte sie zur Verfügung stellen und damit es so thematisch auch alles nahtlos aufeinander aufgebaut ist, stelle ich sie dann auch so zur Verfügung, wie sie hier produziert wurden. Ein paar sind auch länger, also deswegen. Und viele von euch, die die Macs meinen zu kennen, die schreiben mir schon, Oh, den einen oder anderen Trick, den kannten sie auch nicht. Ich empfehle auch nochmal dringend, sich die iMovie-Serie anzuschauen, denn dieses Videoschnittprogramm, was kostenlos von Apple kommt, sieht erstmal sehr schlicht aus, aber es entfaltet, wenn man sich da reinarbeitet, eine mächtige Funktionsvielfalt und da kann man eine ganze Menge mit machen. Also das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Viele brauchen nämlich dann nicht das teure Videoschnittprogramm Final Cut Pro. Das brauchen eher die Profis. Aber wenn man wirklich mal ganz schnell so einen Videoschnitt machen will für ein paar Urlaubsfilme, reicht iMovie schon völlig aus. Also meine Empfehlung, da mal reinzuschauen. Natürlich machen wir hier weiter mit den anderen Serien, Arbeit mit dem Mac. Und ihr habt ja in letzter Zeit schon gesehen, da haben wir hier mit Affinity Photo gearbeitet. Für alle, die neu am Mac sind, das ist so die Photoshop-Alternative, die man einmal bezahlt und dann kein Abo hat, sondern immer wieder benutzen kann. Und Affinity Photo gibt es manchmal auch zur Hälfte des Preises. Schaut immer mal auf die Homepage, dann lohnt es sich da zuzuschlagen. Das ist so ein Pflichtprogramm, was man am Mac braucht, wenn man mit Bildern arbeiten möchte. Es gibt natürlich noch jede Menge anderer Programme, unter anderem eben Pixelmator. Haben wir uns lange nicht angeschaut. Irgendwann war Pixelmator so der Standard beim Mac, bis Affinity dann kam und das abgelöst hat. Dann haben wir auch hier im Club gar nicht mehr auf Pixelmator geguckt. Mittlerweile gibt es Pixelmator Pro. Letztens habe ich noch eine Serie gemacht. Da haben wir mal gezeigt, wie man schwierige Bilder freistellen kann mit Pixelmator Pro. Das klappt nämlich wirklich fantastisch mit dieser Software. Und die hat in dem Update sogar noch eine Funktion bekommen, mit dem man Grafiken ins Motion 5, diesem Animationsprogramm von Apple, überführen kann. Das schauen wir uns auch noch an. Also wir haben noch eine Menge vor hier im Club. Ihr merkt schon, wir versuchen eben die Anfängerthemen so auch aufzubereiten, dass alle mitkommen und alle Spaß bei der Sache haben. Wir gehen hier wirklich mal vom Spaß aus. Die Sachen müssen Spaß machen, müssen schnell erklärt sein und einfach erklärt werden. Das ist ja der Anspruch des Clubs hier. Gut, damit endet dann quasi mit diesem Weihnachtsgeschenk an euch. Diese riesen Videoserie mein Ja, aber ich mache weiter. Keine Frage. Wir wollen ins Jahr 2022 blicken. SpaceX ist ja auch noch so ein Thema. Die Raketensendung, da fragen sich viele auch, Mensch, warum kommt es denn keine Live-Sendung? Die haben da so viel angekündigt im Januar, als sie die Live-Sendung gemacht haben. Aber es liegt daran, es startet im Moment nichts Spannendes. Elon Musk hat so ein bisschen Probleme da in seinem Sumpfgebiet, die Raketen zu starten. Die Umweltbehörde hat gesagt, so geht das da nicht. Und ja, er baut mittlerweile Rampen in Florida, weil er sagt, wenn ihr das da nicht macht, dann mache ich es halt in Florida. Aber so eine Rampe ist ja auch nicht eben so zusammengebaut. Aber er hat auch seinem Team schon gesagt, wenn wir nicht langsam auf die 1000 Starts kommen, die will er nämlich noch machen, dann wird es ein Problem mit SpaceX geben. Wir müssen ein bisschen mehr Tempo geben. Und im Moment testen sie alle möglichen großen Raketen. Die wollen ja einen Orbitalflug machen, wo dann unter der Rakete nicht nur drei Triebwerke sind, sondern 27, die gezündet werden. Also da sind sie dran. Sie testen die Raketen und wir sind natürlich dabei. Der Carsten sammelt auch alle Themen und alles, was es rund um die Sache zu berichten gibt, sodass wir demnächst auch wieder eine Live-Sendung machen können, wenn da wieder mal so ein Start ansteht. Deswegen lohnt es sich, auf den Abo-Knopf hier im YouTube-Kanal zu drücken, auch wenn über Weihnachten der etwas strapaziert wurde. Aber ihr bekommt dann auf jeden Fall immer einen Hinweis, wenn so eine Live-Sendung ansteht oder neue Videos hier eingespielt werden, sodass ihr auch nichts verpasst und euer Wissen erweitern könnt. Und wer weiß, was uns nächstes Jahr noch erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass 2022 wird das Jahr das Ende der Corona-Krise sein. Aber wir werden leider scheinbar noch mal durch diese Omikron-Phase müssen. Na gut, dann werden wir noch einen Lockdown vielleicht erleben und haben genug Videomaterial hier im Club, um uns dann die Zeit irgendwie schön zu machen. Also mach das. Ich weiß übrigens, dass auch viele Geschäftsleute, die dann vom Lockdown immer betroffen sind, hier auch immer sehr viel Wissen abgreifen, weil sie sich nämlich toll vorbereiten können auf die Zeit nach Corona, wo man wieder tolle Plakate, Speisekarten, andere Sachen kreieren will. Und viele machen das mittlerweile nicht mehr über Agenturen, sondern dank des Clubs hier tatsächlich selber. Und das klappt wirklich auch hervorragend, machen wir in unserer Firma ja auch und sparten eine ganze Menge Geld. Also insofern gucken wir auch mal in diese Richtung ein bisschen, wie man sowas vielleicht kreiert und basteln da mal ein bisschen rum. Also macht's gut, ich wünsche euch alles Gute, rutscht gut ins neue Jahr rüber. Es scheint ja Frühling zu werden für das Jahr 2022, 17 Grad sind angekündigt, ich kann's gar nicht glauben, wir haben hier noch Schnee im Norden. Aber was soll's, irgendwie ist das Wetter auch das nächste Problem, was wir vor uns haben. Jetzt genug Probleme, jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit Zuversicht und viel Spaß. Bis dahin, macht's gut.